So, willkommen zurück zu The Conjuring House. Unsere Mission ist immer noch, äh, finde das Auge, finde ein paar Schlüssel und finde den Box-Schlüssel. Gute Frage ist immer... Wo müssen wir genau suchen, ey? Weil in manchen Türen komme ich auch überhaupt gar nicht hin, weil uns der Schlüssel fehlt. Und ich bin wirklich schon alles... ...für Zentimeter... ...für Zentimeter hab ich alles abgeklappert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Gamefeder ist. Aber das wär sehr schade. Schlüssel, damit wir diese Boxen hier öffnen können. Aber man ist ja wirklich schon... ...echt schon alles durch, ey. Du musst hier jede Ecke abklappern. Jede Ecke, jede... ...Loch musst du hier echt abklappern, ey. Sonst kommst du hier echt nicht weiter. Bis so 30 Stunden Gameplay verspricht das, ey. Na dann. Ah, wo? Man war ja hier auch schon überall. Ja. Das ist ja der Krasse, ey. Man hat ja auch schon alles abgeklappert. Wenn man überlegt, was man hier schon gemacht hat, ey. Boah. Nächste, die sind mich auch zu. Da komm ich nicht rein, ey. Hey. Oder haben sie die Schlüsse so beschissen hingelegt, dass man die... ...wahrscheinlich gar nicht findet. Genau wie das Auge finde ich auch nicht. Echt schwierig. Weil Türen sind verschlossen, komm ich nicht hin, weil uns der verdammte Schlüssel fehlt. Sogar wie Batterien, das findet man ja, aber... ...man findet den Rest nicht. ...dass man hier alles abklappern muss, ey, da ist das schlimmer. Sieben Stunden habe ich schon hier drinnen in das Spiel. Und die sagen bis zu 30 Stunden, ey, na dann. Dann kann ich ja suchen, ey. Da oben ist die Tür auch zu, da komm ich auch überhaupt nicht voran. Und hier war man ja auch schon. Mehrere Male. So ist die Spiele schlecht auch, wenn man hier nicht vorankommt. Ist ja schlecht. Wer weiß, wo sie die Scheiße hingepackt haben, ey. Alle jetzt schon mehrmals durch. Och, die Bilder haben alles. Bin ich leicht überfragt. Das Game ist nicht schlecht, aber wenn man hier nicht vorankommt. Ist jetzt schlecht. Hier passiert auch gar nix, ey. Da habe ich ja auch schon alles probiert, ey. Ah, auch schon überall. Keine Ahnung, wo ich hier noch suchen soll, ey. Kann ja auch nicht so schwer sein. Oh, gar nix, ey. Das ist echt merkwürdig. Oh, schon alles abgeklappert, ey. Was ist denn das hier? Ich finde, ein Crewbar ist jetzt nicht eine Brichstange. Ich denke mal, das ist eine Brichstange. Wo könnten wir hier noch suchen? War hier noch irgendwas drinne? Ne. Hier? Auch nicht. Boah, shit, ey. Steckt echt in der Patsche, ein bisschen. Talisman. Ich würde das wirklich suchen und finden, ey. Das ist ein richtiges Versteckspiel. Aber gib ihm, ey. Müssen wirklich alles für Zentimeter für Zentimeter. Alles abklappern. Ein paar Knöpfe hier auch nicht. Ei, 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 äh. Was ist das hier? Mal schauen, wer ist da hier irgendwo. Hier, mein Auge zum Beispiel. Dämon. Suchendes Artefakt. Und verbrennen ihm. Nightmare are together. Schadows warten vor den richtigen Moment. Könnten auch so eine Hinweise sein. Da kann alles mögliche sein. Nehmen wir den Titel einfach Die Hinweise auf der Spur gehen. Ja. Hinweise auf der Spur gehen. Oder suchen und verstecken. Eins von mir. Das ist echt ein Konzentrationsspiel hier. Hier ist auch kein Kamin, der offen ist. Nichts, ey. Hier ist wirklich alles verrammelt, ey. Ich hab auch gedacht, ein Schlüssel kann ja auch mal. Wir können ja da noch mal gucken. Ach, scheiße. Das war ja hier zu, ey. Das war ja hier in der Kiste noch. Auch nix drin, ey. Ach, hier der Hebel. Ah, verdammt. Müssen wir noch mal zurück. Hier nochmal alles abschicken. Die war zu, ne? Ja. Ach, scheiße. Jetzt kommen wir da nicht mehr raus, ey. Oh, Mann. Ey, ey, ey. Das war ein bisschen zeitig. Ah, hier ist wirklich nix zu finden, ey. Unfassbar. Haben wir hier irgendwas übersehen. Unten Zwischenraum oder irgendwas. Jo, da war auch weiter nix. Da hinkt die Treppe runter. Alles durch, ey. Ich finde keinen Schlüssel, ey. Nix, ey. Hm. Ah, super. Da müssen wir mal ganz schnell abzelfen gehen. Boah, Alter. Mist. Wo ist denn der scheiß Raum hier? So. Abzelfen ist immer ganz wichtig. Ja, und hier waren wir ja auch schon 50.000 Mal. Ah, verdammt. Ach, das ist nervig, ey. Ich glaube, das finde ich nervig. Kannst du dich nicht konzentrieren, weil die stehen nicht da irgendwo ist, ey. Mann. Richtig abtörnig, nervig. Ja, jetzt kommt die Autos schon wieder. Ja. Warum, ey? Das ist doch bekloppt, Alter. Beste mehr am upzafen, als weiterkommen. Oh, ey, das ist, ey, das ist nervig, ey, ohne Scheiß jetzt. Ja, super. Ja, super. Nicht so fassen, ey. Da haut da irgendwo ein bisschen. Da haut da irgendwo ein bisschen. Ständig, wo ist sie geritten von der Alten? Du kommst hier nicht voran. Findest keinen Schlüssel, findest keine Brüchstange. Findest hier einfach gar nichts, ey. Rennst wie ein, wie so ein Trottel hier durchgehend. Ja, komm, ey. Oh, Mann, ey. Ja, hier, komm, bumms mich. So eine Nervenscheiße, ey. Halbe Stunde Gameplay und komm, wir fahren hier. Kann ich nicht schwächern, ey. Das ist, das muss ein Spielfehler sein. Geht doch gar nicht. Warte, warte, ey. Keine Ahnung, wo ich ihn aussuchen muss. Mann, ständig wirst du verfolgt, ey. Oh, Mann. Mann, hier ist auch nix, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Soll ich jetzt hier 25 Stunden rennen, um nix zu finden, oder was? Oder wie haben die sich das da vorgestellt? Oder wie haben die sich das da vorgestellt? Von den 30 Stunden, Alter, renne ich 25 Stunden im Kreis. Ah, hast du keinen Bock mehr, ey. 30 Stunden Gameplay, davon hast du 25 Stunden rennen, ey. Ja, ich habe mich Karl, da wo das safe ding ist, ey, komm ich nicht hin, ey super ey, ist doch bullshit ey bin ich auch irgendwie am ende, ey das ist mir so dämlich, alter du kommst nicht weiter du kommst nicht weiter ich glaube, ey Kickelchen ausraster, ey was ist denn das für ein Fake, alter ich kann nicht abspeichern, nix, ey ich glaube, das Gameplay werde ich löschen, alter Schwachsinn, alter echt komm, nicht mal zu den scheiß Speicherpunkten, ey ich kann nicht speichern, ey doch jetzt, ey wow und wir sind nicht vorangekommen super Gameplay na, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter also haut da rein, bis dann und wir sind auf jeden Fall auf jeden Fall